Ja, servus heute, ich bin's heute, euer JV und herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA 13 Ultimate Team Video. Wir sehen uns oben rechts, 250.000 Coins. Ich wollte euch einfach nur zeigen in dem Video, dass ich mein England-Team verkauft habe und mir ein neues Team zusammengebaut habe. Also ich hatte 400.000 Coins und habe mir jetzt ein neues Brasilien-Team zusammengestellt in 4-4-2-Formation mit der Giovanni Drapatoni als Coach. Im Tor habe ich dann hier Diego Alves von Valencia, richtig starker Torhüter mit 91 Reflex, glaube ich, ne, 90 Reflex, 91 Hechten. Rechts habe ich Dani Nino von Porto, den werden die noch austauschen für Maicon oder Dani Alves, weiß ich nicht, aber ich muss jetzt noch ein bisschen Coins traden, damit ich die Abwehr richtig aufbauen kann. Dann habe ich noch Santana und Dante, hier möchte ich mir Tiago Silver holen noch und Santana spielen lassen. Links natürlich Marcelo von Real Madrid, da habe ich gerade noch Fabio, aber Marcelo kostet ungefähr 60.000 und ist mir gerade noch ein bisschen zu viel. In dem rechten Zimmerfeld habe ich Hulk gekauft von Seine St. Petersburg, links habe ich Rubinho und zentral habe ich noch Juninho und Carlos Alberto, aber da kommt noch Ramirez hin. Und dann muss ich gucken, wenn ich hier noch spielen lasse, weil die sind zwar nicht schlecht, er hat 5 Sterne, aber hat 74 Tempo und er hat halt nur 77 Tempo, aber einen Bombenschuss. Also das ist nicht schlecht, aber Ramirez, der räumt da nicht alles weg, weil der ist vorne und hinten zu finden mit 88 Tempo. Und auf jeden Fall, vorne habe ich noch Pato und Wellington, AC Mailand und Sparta Moskau. Und wir sehen jetzt meine Bank, die ist voll mit Ersatzspielern. Dann habe ich hier noch Julio Cesar als Ersatztorhüter. Für die Innenverteidigung habe ich Miranda von Atletico Madrid. Ne, nicht Atletico, oder? Äh, wala, bop, 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 bop. Wo sehe ich das denn jetzt? Keine Ahnung, ob es jetzt Atletico, aber müsste glaube ich Atletico Madrid sein. Ähm, rechts habe ich noch Mariano, Rechtsverteidiger von Bordeaux mit 4 Sternen. Linkes Mittelfeld, bzw. linker Flügel, ne, ne, den lasse ich immer für Robinho spielen oder halt Michel Bastos. Beide richtig gut. Für das Mittelfeld habe ich noch Carlos Diolado, ebenfalls 5 Sterne. Genauso wie Raphael Zubis, der Stürmer, zwar nicht gerade der Beste, aber auch 5 Sterne. Genauso wie El Cason, auch Stürmer 5 Sterne. Dann habe ich noch David Luiz für die Innenverteidigung. Für das rechte Mittelfeld habe ich Rafinha, der ist jetzt nicht so überragend, den will ich noch verkaufen. Er hat zwar nur Pace und Dribbling, aber irgendwie nur 3 Sterne, bei, bei, ähm, Skill und so. Und für das Mittelfeld habe ich nochmal Diego und Oscar, auch zwei richtig gute ZUM. Wobei die ja hier im ZM spielen müssen, aber geht genauso gut. Ja, das ist aktuell mein neues Team. Ähm, damit habe ich jetzt ein paar Spiele gemacht. Hab eins verloren, den Rest habe ich alles gewonnen. Also das erste Spiel habe ich mir echt wieder schießen, dann verloren. Aber sonst habe ich eigentlich alles weggehauen. Ähm, werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. Zumindest die Abwehr will ich hier noch Marcelo haben. Ähm, Thiago Silva, Dani Alves. Dann bin ich zufrieden. Die Außen hier passen fürs Mittelfeld der Ramirez. Und dann muss ich gucken, ob ich noch einen passenden ZM-Spieler, äh, ZM-Spieler finde. Und der Sturm passt eigentlich auch einigermaßen. Da hole ich mir noch Wagner Love. Und dann passt die Sache. Ja, ich habe jetzt noch 250.000. Werde mir noch ein paar Spieler kaufen. Ähm, und dann werden wir ja sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, ich rendere, ähm, später dann das Aufstiegsspiel, was ich mit dem Team hier gespielt habe. Und eventuell lade ich es heute noch hoch oder morgen. Vielleicht kommt da noch ein COD-Kommentary, weiß ich nicht. Und ja, das sagt ja mein Team. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal.